Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer ZockAndy. Wir spielen heute wieder Blutes Tower Defense 5 und wir spielen wieder Parkweg und wir sind auf Medium eingelangt. Jetzt wird abkassiert auf Medium. So, gehen wir das gleich an. Nagelfabrik, Geilster Tower Ever. Da steht er. Und los geht's. Wave 1 von 65 haben wir vor uns. So gut ist die Palme. Wie viel brauchen wir? 1600 für das Affendorf. Das ist doch einiges. So, Wave 2. Also ich sag mal so bis 1520 können wir durchraschen. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Da geben wir ein bisschen Stoff. Wave 3. Und Wave 4 Leute. 5. Ende dieser Runde kriegen wir leider noch nicht unseren Palmenwedel. Aber Ende nächster Runde hoffe ich das schon. Wie viel brauchen wir nochmal? Oh, das kann sich ausgehen. Kann sich ausgehen. Wird aber knapp. Ne, das geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus. Übernächste Runde. Also nächste. Also diese. So, jetzt haben wir's. Und, na komm schon. 3. Da ist der Palmenfurtz. Den geben wir hier hin. Da kann er rumnageln. Und mir Palmen vor die Nase fetzen. So, komm her. Dann haben wir dann 300. So, haben wir. Wunderbar. Wave 9. Schon knappe Sache. Wave 10. Oh, knappe Sache. Knappe Sache. Wave 11. So, weiter geht's mit Wave 12. Ja, jetzt müssen wir's bald erreichen dann, dass wir das Affendorf haben. Oh, oh, oh. Knappe Sache hier. Geht sich aus. So, 1600 glaube ich, oder? Jupp. Ja, jetzt haben wir bald. Ah, da kommt jetzt einiges. So, jetzt haben wir das. Das stellen wir da hin. Hier müssen wir wahrscheinlich... Sonst geht sich das nicht aus. So, jetzt geht sie aus. Und wir haben sie besiegt, die Knurfs. Wave 14. Wenn man den da gleich upgraden, weil sonst wird's schwierig hier. Wave 14. Oh, ich bin schon da mit meinen Nägeln. Ja, da brauchst du das jetzt nicht mehr hinschieben, du Superstator. So, dickere Nägel haben wir. Wave 15. Wave 16. Läuft ganz gut. So, läuft ganz gut. Und Wave 17. Entschuldigung, Le. So, das war Wave 17. Wave 18 einmal. Und los geht's. Wave 19. Die Deepa-Herzen hier, das sind jetzt nicht unser Problem. So, Wave 21. Wave 22. So, haben wir jetzt genug? Jawohl, jetzt können wir uns das leisten. Wave 23. Wave 24. Der kleine Scheißer hier, der ist jetzt nicht das Problem. Wave 25. Und Wave 26. Ja, wir brauchen hier mehr Spikes. Sonst wird das nix. Wave 27. Ja, das ist schon einiges hier jetzt. Aber es geht, wir kommen in klar. Wave 28. Ein paar Stahl-Bloons. Ein paar Stahl-Bloons. Gut, die sind jetzt nicht wirklich das Problem. Wave 29. Läuft, läuft, läuft. Upgrade ist fällig. Wave 30. Noch mehr Stahl-Bloons. Und noch mehr können sie unserem A lecken. Die Bloons. So, das geht auch noch mit. Wave 31. Schauen wir mal. Okay. Dann brauchen wir 2000 für das nächste Upgrade. Wave 32. Und das haben wir. Jetzt sind die Dicken da. Wave 33. So, und dann müssen wir den da mal abreden. Beziehungsweise wir brauchen da noch ein paar Tauchen. Oh, da kommt einiges, aber das geht. So, dann fangen wir mal an mit dem da. Schönes 3er Upgrade. Das hilft schon mal. Oh, da kommt einiges, aber es geht, es geht, es geht. Und das letzte Upgrade. Wave 36. Jetzt müssen wir den dann upgraden. Damit der die Camouflax dann auch erwischt. Das wird jetzt bald fällig. So, dann hier noch einen. 3er Upgrade gleich rein. Und Wave 38, Leute. So, Wave 39. Das geht voran. Zack. Haben wir da oben, Max. Und jetzt der da. So, jetzt greifen sie auch die Camouflax an. Nice one. Wave 40. Da sind hier jetzt die Keramik Dinger schon gewesen, aber die haben wir geknackt. Wave 41. Haben wir eine gute Stellung. Also es läuft. Dauer stehen wirklich gut. Können wir nicht meckern. Wave 42. Und Wave 43. Wieder Keramik Dinger. Aber es geht, es geht. Ein bisschen aufpassen da. Wave 44. Wave 45. Wave 45. Das ist der Boss. Ja, der hat hinter sich. Jawoll. So. Das haben wir auch noch nicht, sehe ich gerade. Aber wir nehmen jetzt das hintere. Also das linke. Das geht sich nämlich schön aus. Oh, jetzt wird es ein bisschen hart hier. Äh, ja. Ich hoffe, das geht sich hier jetzt schön aus. Ja, wird schon hinhauen. Die Kohle bauen wir noch. Dann bauen wir den rechts auch noch aus den Einen. Das soll jetzt nicht so ein Problem sein. Wave 48. Und Wave 49. So. Bauen wir hier noch einen in die Mitte. Macht auch noch Damage. Jawoll. So haut das hin. Überall Damage hier. Da kommt nichts mehr durch. So. Gegenbogenherzen. Gut, aber die kommen noch nicht so weit. Wave 50. So, jetzt geht der da hinten hin. Aber der hält sich noch. So, jetzt holen wir uns da die dicken Spikes. Wave 51. Wave 52. Wave 53. Es läuft, es läuft, es läuft. Nur gegen die Bosse bräuchten wir langsam was. Ey, die sind nämlich ein bisschen lästig. Da müssen wir langsam was machen hier. Können wir die Ewig da nach hinten laufen lassen. Wave 54. So. Ach, nur immer nicht. Das ist nur eine Scheiße. Oh, das ist jetzt ein Problem. So, aber jetzt bitte. Genau. Und immer schön auf den stärksten. Wave 55. So. Dann holen wir noch so einen Scheißer da. Das werden wir jetzt alles zuhauen hier mit Tower. Wave 56. Wave 57. Wave 58. Das läuft, das läuft, das läuft, das läuft. Da kommt schon nichts mehr durch hier. So. Jetzt machen wir noch so Nageldinger da als Reserve hier. Aber die rechte Seite so, dass wir nach können, falls was ist. So. Hammer 2. Das reicht für erstmal. Mehr haben wir nicht mit Kohle, aber das reicht ja. Wave 60. So, Wave 61. Da kommt ordentlich was, aber die haben keine Chance gegen uns. Wave 62. Überall sind hier Feuerkreise, die kommen in keine Meter weit. Und Wave 64, Leute. Wave 65, letzte Runde. Das verkaufen wir, das brauchen wir nicht mehr. Und weil wir es können, nehmen wir das noch. Und das auch noch. Die kommen nicht weit. Da ist Schluss hier. Und gewonnen. Auf Medium. 2,50 und 2 Münzen. Jetzt fehlt nicht mehr viel. 500 noch und wir können uns das leisten. Und wir sehen uns bei Hard dann im nächsten Part. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss. Tschüss Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.